so dass wir da mal in vorne Prozent hier je nachdem bis gleich geschnitten habe da hat er nicht denkt meine Schüler verstehe nicht ganz was es heißt eine Klinge zu führen und doof ne ich möchte ihnen zeigen dass sie ja auch hier ist ein Mann Prozent sie können so groß wird und so weiter für die letzte noch drin gucken wie es ausschneidet Ihr seid der Chef, ich verstehe ihn. Ja, die können sich immer zurück. So, Michael Jackson, komm mal, komm, Muckel. Sonst weiße mal für euch, Jungs. Ah. Boah. Übervoll. Also, der hat endlich Leben, könnt ihr euch so oft auf ihn eingerechen, wir wollen. Aber, das lassen wir mal. Der Eischel auch zugeguckt, die war ganz begeistert von uns und so, yeah, super. Wie. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe ihn. So gut, dass du verstehst. Lauf, lauf, gib nicht auf. Dünner Budelein hat schon auf. He, he, he. Lustig. So. Bei Drew Yates. Bei Drew Yates. So. 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 Gerson. Wie ist der Reich? Äh. Wie war ein bisschen zuviel, aber... Oh, vollustend Leben noch läuft er bei uns. Boah, sind wir hier richtig sneaky unterwegs, Jungs. Richtig schnägel. Weg mit euch, Bitches. So, normalerweise bin ich ja einer, der gleich, werdet ihr auch sehen, bei den Punkten, wo man synchronisieren muss, die Synchronisationspunkte, eigentlich alle mache, aber, das mache ich jetzt nicht, weil ich war jetzt viermal, naja, das ist meine fünfte Aufnahme, ne, einmal kann gar nicht, aber dreimal sagen wir mal jetzt schon, soweit ich alles synchronisiert habe, und ich wäre jetzt auch kein Bock mehr da drauf, deshalb werde ich es noch die nötigsten machen, aber im nächsten Let's Play denke ich mal schon, das machen werde, oder wenn sich herausstellt, dass ich diese Stadt länger bereisen werde, dann werde ich es auf jeden Fall machen. So viel dazu. Dann möchte ich ja auch auf dem Laufenden Seite. Klar, immer. Muss ich? Muss ich. Moin. Klack, 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 weiter. Ja, du machst das schon, das bisschen, Schätzlein, ja. Ja, du machst das, Baby, Baby, Baby. Muss ich sagen, das ist schon ganz schön geil, so eine Kamerafahrt ist schon nicht verkehrt. Und, let's go. Okay, scheiße, okay. So, das dürfte ich nicht verkehrt sein, dann greifen wir nochmal direkt einmal an. Einfach nur, weil ich es so lustig fand. So, Eiche. Ähm. So. Das ist eine Unschuldige, sollte man am besten nämlich nicht töten, einfach nur umrennen, das ist klar. Ja, da geht er so. Jetzt hier dann klack, schneide ich einmal hier, woh, bisschen aufräumen hier. Ja, ich mach das unglaublich gerne. Stress. Nein, lauf, 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 lauf. Nicht so stehen bleiben. Das war ja mega doof, weil ich gerade hier gelockt bin. Das war schon ziemlich dämlich, ne? Hm. Was wollen wir in Zukunft versuchen, was wollen wir machen, ne? Was wollen sie tun, ne? Oh fuck, das war jetzt doof. Schnell, steck auf. Lauf, 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 lauf. Die hinkomme ich, die siehst du doch. Ich hab Gas. Ja, gib Gas, Junge. Ich weiß nur, ob ich es auch nicht richtig bin. Muss man ganz schwer hoffen. Na, da war noch so'n Ding zum Sammeln, aber... Nein. Doch, ich bin noch auf dem richtigen Blick. Gott sei Dank, ich dachte, ich würde echt falsch laufen. Die hatte ich vorher in der vorherigen Aufnahme. Die nebenbei, ich glaub fünf Stunden... Ne, quitsch, gar nicht. Ich glaub, scheiße. Die drei Stunden gingen, hatte ich auch alle... äh... Synchronisationspunkte synchronisiert, und deswegen hat die auch so lange gebraucht. Da hab ich jetzt aber keinen Lust mehr zu, wie ich gesagt. Ich schon erwähnt habe. Deswegen... Ich kann ja auch so durch die ganzen Dinger, vor allem hier durch die Dinger, wo man so gereist. Ich merke, man kann mich ja nicht sparen, ey. Scheißegal, ey. So scheißegal, Leute. Sie sind nicht scheißegal, weil... Benutzen Sie die befreiten Partisanen, um Verfolger aufzuhalten und eben sich hinterher zu unterbrechen. Ladies? Jungs, sieht das nicht geil aus ohne Scheiß. Vor allem, das Spiel ist schon so alt und trotzdem hatten die noch sowas. Außer schon sowas. Guck mal, da unten wird er ja noch rumgeschubst. Entschuldigung, retten wir den. Ist ja ganz klar. Okay. Ich hätte irgendwie nicht mehr schlau, aber irgendwie das nicht funktioniert. Na dann komm mal her. Ja. Kommt, ich hab's halt. Kommt, kommt. Aua, Mann. Verkack ich ihn ja schon wieder so wegzutragen. Ja, ist echt gut. Ja, ist echt gut. Ich wünschte meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Nicht so synchron, aber okay. Das sind wahrlich dunkle Tage. Hallo. Ja, ich bin dabei. Sehen die alle gleich aus? Ja, ist der geilste. Boah, er ist breit gebaut, Alter. Was ist los? Hallo. 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 Guten Tag, die Herren. Guten Tag. Oh, schöne Torbahn. Hübsch. Ah, schöne Basen. Noch geht's. Okay, die Arrangeasen, also okay. Mach mal. Bitte. Hallo. Ähm, der Controller reagiert nicht mehr. Das war jetzt eigentlich nicht so gewollt. Ähm, der Controller funktioniert nicht mehr, hallo? Aha. Zurück. Wieso funktioniert der Controller nicht mehr? Hallo? Wieso ist das so? Guck mal was anderem an. Funktion, Steuerung anpassen. Na klar, natürlich muss mir das passieren, ist ja ganz klar, ne? Ah, ich will nicht wieder raus. Nein, ich habe noch viel, viel mehr, und ihr werdet nirgends weitere frei verbinden. Ah, ich will nicht wieder raus. Hallo? Hm, ganz ruhig. Ah, ich will nicht wieder raus. Hm, ganz ruhig. Ich will nicht wieder raus. Liebe Jungs und Mädels, ich könnte gerade kotzen. Na 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 na. Na, deine Mutter sind mir jetzt auch mal gefallen reingelaufen, das ist ja nicht mehr so richtig. wie sag ich mal jetzt schön also die erste Aufnahme ist jetzt erstmal im Kasten kann man sagen äh super toll danke dafür Spiel ähm ja ich würde mal sagen wir sehen uns gleich wieder haut rein bis dann bis dann